Hi, ich bin Clarissa. Wir werden uns in Zukunft wohl öfter sehen, denn ich soll euch erklären, was bei uns hier so läuft. Das ist Ferguson, mein... Bruder, verdüfft du dumpf an. Und dann wären dann noch meine Eltern. Das ist meine Mutter Janet. Daddy ist Architekt. Das ist Sam. Wir sind Kumpel. Das legt an. Elvis ist mein Sicherheitsalligator. Im Katalog sah er gefährlicher aus. Ich sag euch, das könnte ich mir den ganzen Tag lang reinziehen, ehrlich. Neu bei Nick Knight. Clarissa. Ab nächste Woche, Montag bis Donnerstag um 0.30 Uhr. In der neuen Nick Knight-Serie How to Rock erfährt Casey Simon, dass man nicht jeden Tag ein Star sein kann. Und schon gar nicht, wenn man mit den falschen Freunden rumhängt. Denn nur mit der richtigen Musik und einem wahren Freundeskreis kann Gravity Five die Höhen und Tiefen des Lebens überstehen. Und der ganzen Welt zeigen, wie man rockt. Die neue Serie How to Rock. Ab Mittwoch um 21 Uhr bei Nick Knight. Und der ganzen Welt ist eine große Herausforderung. Es ist die Stunde der Helden und dies ist meine Geschichte. Hi, ich heiße Sahara. Ich bin 13 Jahre alt und ich bin Golferin. Sie nennen mich. Die Geheimwaffe. Ich spiele Golf, seit ich neun bin. Ich habe mir mit meinem Vater eine Dokumentation angesehen, in der Kinder aus der ganzen Welt in Amerika gegeneinander Golf gespielt haben. Ich habe meinen Vater gefragt, ob ich am nächsten Tag mit auf den Golfplatz darf und seitdem spiele ich. Meine größten Fans sind meine Eltern. Sie sind immer dabei und feuern mich an. Bei einigen Turnieren werden bis zu 90 Löcher gespielt. Sie dauern fünf Tage. Ich bin froh, dass meine Eltern immer an meiner Seite sind. Meine kleine Schwester feuert mich auch an, aber am liebsten läuft sie den Bällen hinterher. Hoffentlich inspiriere ich sie und sie wird auch Golferin. Mit meinem Trainer Chris übe ich jede Woche. Super gut gemacht. Ich wünsche mir, dass ich es als Golferin weit bringe. Ich möchte ein Vorbild sein. Man sollte seine Träume leben und machen, was man liebt. Weitere Folgen von Stunde der Helden findet ihr auf nick.de. Stunde der Helden, präsentiert von Nickelodeon. Egal. Egal. Yin zufrieden. Sin. Wenn du dich ist, objectif.